Alles klar, zack und zack. Das ist doch mal sehr toll. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Master Builders. Heute mit dem Begriff, ich weiß es noch nicht, ich habe davor schon mal versucht eine Runde aufzunehmen, weil es aber nicht so gut funktioniert. Und Owl, wir sollen eine Eule bauen. Eine, da gibt es natürlich wieder Leute, die Englisch nicht können. So, ähm, eine Eule. So, wie machen wir das jetzt? Sehr, ähm, heute möchte ich euch nur kurz sagen, dass ihr in den Kommentaren mal abstimmen könnt, ob das nächste Video Badwurst oder eine Dactropack-Vorstellung sein soll. Und das könnt ihr einfach mal abstimmen. So, wie ihr das wollt, werde ich es dann auch machen, denn in unserem letzten Video gab es ja Unmengen an Kommentaren, das war ja, das war ja richtig heftig. Also das feiere ich auf jeden Fall richtig hart, wenn ihr da viele, viele Kommentare reinschreibt. So, wir machen mal Lehm. Oh, ne, jetzt war es Ton, oder? Ja, Ton. Sehr schön, dann baue ich das hier und dann noch das hier und, äh, Ton. Schwarzen oder schwarzgefärbten Ton. So, zack. Dann kann ich hier auch schon mal eine Eule bauen. So, die wird jetzt ein bisschen eintönig, aber ist auch egal. So, dann kann ich hier mal wieder... Na wohl, wie soll ich das jetzt am besten machen? Ähm, kann man noch sowas hier? So, ne, 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 ne. Es ist immer schwer, schwer mit Blöcken, das alles hinzubekommen. Ich werde mal jetzt einfach so machen. So, zack, 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 zack. Ich hoffe, die sieht dann einigermaßen gut aus. Ich denke, ich werde wieder letzter, aber passt schon, Leute. Ne, das mache ich so. So. Na, das sieht nicht wirklich wie eine Eule aus. Das ist halt das Problem. Sieht eher so eckig aus, irgendwie. So, ich mache das mal hier alles weg. Dann runde ich das so ein bisschen ab hier oben. Zack, und zack, und zack, und zack. Da hinten sind sie ein bisschen abgerundet. Okay, sieht ein bisschen, ja. Sieht schon gut aus. Ich könnte da noch ein paar Partikel hinmachen. Äh, zack. Partikel. Was kann man denn da am besten hinmachen zu einer Eule? Ich denke, ich werde erst mal Change Ground. Magst du Dirt, oder? Change Ground. Gras. Zurück dann. Time of Day. Machen wir mal. 12 a.m. Und dann können wir eigentlich noch. Ja. Machen wir da dann noch Weather. Mache ich mal Raining. Dann baue ich nämlich da noch so einen. So einen kleinen. Baumass drüber. So. Verdammt, ich muss da noch, äh, irgendwie ein bisschen Blätter dran bauen. Fuck, fuck, fuck. Blätter. Ja, Katienlaub einfach. Nein, fünf Sekunden, komm. Ja, nein, verdammt. Aber ich denke, das könnte so passen. Ja, das sieht schon gut aus. Boah, der sieht echt neu. Boah, der sieht richtig neu aus. Das ist schon, ja, ich weiß nicht. Ich mein, es war halt auch gut, aber das ist schon gut mit den Knöpfen, aber ich meine Amazing. Komm. Bester, bester Minecraft-Name, ja, not bad. Alles klar. Zack und Zack. Das ist doch mal sehr toll. Ja, das ist krass. Ja, die Eule ist sehr cool. Das ist ein Gut. Das ist halt Pixelart, ne? Na, komm. Pixelart. So, mal gucken. Das ist, ja, ist eher so ein Vogel, oder? Das ist nicht wirklich eine Eule. Na, ja. So. Ich denke, ja, ich habe jetzt gar nichts gewartet, aber auch nicht so schlimm. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, ob das jetzt ein Vogel oder eine Eule ist, weil, ja. Das ist richtig geil. Das ist richtig nice. Dope. Ja, richtig dope. Der gewinnt. Der gewinnt auf jeden Fall. Ja. Da erkenne ich keine Eule dran. Sorry, da erkenne ich einfach keine Eule. Das ist leider in my eyes are bleeding. Was leckt? Äh. Legs-Bike. Aber übelst ein Legs-Bike-Fahrt drin gehabt. Das ist keine Eule. Ja, ich schreibe jetzt lieber mal nichts, aber das ist keine Eule. What? Was ist es? Ja, das ist meins. Gucken. Cool, I guess. Ja. So. What ist das? Das ist auch keine Eule. Nee, sorry. Das ist keine Eule. Da kann man keine Eule drunter verstehen. Ja. Not bad, schreibt da eine. Alles klar. Niklas Place. So. Alles klar. My eyes are bleeding. Frankenstein. Genau. Ja. Das war klar, dass es ein Failure ist. Mal gucken. Ja. Wer gewinnt jetzt? Wer gewinnt? Arlen PvP. Was? Lol. Ich war sogar vierter. Nicht mal so schlecht. Der hat ja nicht mal fertig gebaut. Ja. Sieht schön gut aus. Kann man echt nichts sagen. Ja. Okay. Dann war es das von der Rune, die Master Builders. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Comments, ob das nächste Video Bad Wars oder, ähm, also Bad Wars sein soll oder eine Texture Pack Vorstellung. Denn Bad Wars dauert halt immer länger. Da muss ich immer 8x Einser spielen, wenn ich nicht mit irgendjemandem im Team spiele. Und das dauert halt meistens so ein... Wenn ich es... Wenn ich nicht cutten will, dann dauert das halt immer ein bisschen. Ja. Aber okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Und dann bis zum nächsten Mal.